Hallo Leute, weiter geht's beim Duell der Champions von morgen in Wiesbaden und nun mit einem Kampf in der Jugendklasse im Weltergewicht. In der roten Ecke für BKV Dortmund Luca Mielhausen und in der blauen Ecke vom German Team Boxing aus Düsseldorf Abdul Poni. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team von Partner der Verein. Link frei, Runde eins. Runde eins. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.